Hallihallo, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von Sarkensleid. Tja, wir sind hier gerade mitten im Kampf. Blöder Nihock. Ist das jetzt Fenster oder was ist das? Das sind die Windows. Ach, jetzt bin ich auch noch gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Was? Echt, wo bist du denn? Ach, alles gut, komm wieder. Alles gut. Es ist ein Duschter hier draußen. Baldrachin. Kann man den anspringen? Den Baldrachin kann man anspringen, ja, ja. Aha, super. Was leuchtet denn da hinten so? Da ist ein Feuer oder sowas. Ach, hier ist ja beide Achillen. Aha, aha. Moment, ich muss mal hell machen, ihr seht ja gerade Schleute. Wenn die übrigens auch nicht. Wenn die, warum machst du das jetzt nicht? Komm. So, dann habe ich jetzt erstmal Zeit, euch anständig zu begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dark and Light. Ja. Muss ich mal eben gucken, ob ich meine Sachen wieder finde. Welcherich, du bist denn gelaufen? Ja, ich war unten in der Nähe vom Wasser. Ach, ich hab's schon. Ich hab den Punkt schon gefunden, alles klar. Okay. Habe mich gerecht. Hast dich gerecht? Ja, ich war nur unkonzentriert. Unsere Community begrüßen und dann gleichzeitig kämpfen. Ja, das ist schwierig. Ist etwas ungünstig. Alles nehmen. Guck mal, hier sind unsere Steine. Die konnte ich doch nochmal eben mit reinnehmen. Hä? Die konnte ich gar nicht mit reinnehmen. Die wollte ich mit reinnehmen. Nee. Die haben wir schon abgebaut. Da-da-da-da. Oh, geh auf. Jetzt kann ich denn da was rein tun. Ah, da kommt eine Bohnensuppe. 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 Willst du essen? Nee. Und da sind Knochen drin in der Suppe. Knochenuppe. Bohnensuppe. Hier ist gar nichts drin. Warte mal. Da müssen wir doch mal was rein holen. Was haben wir denn hier zu essen? Nein, nichts. Wir haben überhaupt nichts. Äh. Was ist hier? Was drin? Äh. Da ist auch nichts weiter. Okay, da muss ich doch mal mit raus gehen. Was haben wir denn hier noch? Das könnte auch hier sein. Okay, da muss ich doch mal mit raus gehen. Alles weg. Das auch. Das auch. Das auch. Da könnten wir theoretisch auch das Erd lassen. Die Dinger schmeiß ich jetzt auch erstmal. Das nicht, das braucht man. So. Dann hab ich das. Heiltrank ist das. Da ist noch eine magische Essenz. Die muss ich auch nicht mitschleppen, ne? Kann ich doch. Warte mal. Die könnte doch in die... Wir haben doch eine Magiewerkbank schon, ne? Mhm. Und hier ist sogar noch ein Haussiegel. Äh. Da hinten. So, dann packe ich die Sachen dort hin. Hier. Nein. Dies habe ich jetzt nicht hier drin. Okay. Da, da, da. Ein bisschen Übersicht hier. So. Äh. Das kommt... Was ist das? Ah. Die Rune ist ja wieder kerbisch noch. So. Die behalte ich auch. Ich weiß ja nie. Äh. Das qualmt hier ganz schön. Und der Bruder ist mal gut, dass ich den großen Abzug gebaut habe hier. Achso. Halt. Ich bauch mal da rein. Äh. Moment. Gut. Du bist auf dem Weg, ne? Ja. Du bist auf dem Weg, ne? Holz, vor allen Dingen. Jetzt muss ich noch mal gucken. Im Duschstein sieht man so schlecht. Trinken. Schön trinken. Los, hier noch einen Schluck. Du kannst doch nicht sagen, dass du schon voll bist. Oh, Mann. Na gut. Du trinkst viel zu wenig, Madel. Tö. So. Jetzt gucke ich mal. Äh. Ne. Da war die Null. So. Haube nichts was zu essen. Los. Zack. 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 Da muss ich, glaube ich, erstmal wieder Stroh besorgen. Was haben wir denn noch an Stroh? Warte. Ich schau mal kurz was in der Krone stehen. Da ist nicht mehr schön da. Ne. Äh. Stroh vor allen Dingen. Ja. Genau. Gut. Dann mach ich jetzt noch mal die Wände. Wo sind eigentlich... Ach, hier sind schon Böden. Genau. Hier noch Wände. So. So. Acht Stück auf jeden Fall schon mal. Das sind Fensterläden. Blöderweise. Was kann ich dort hin tun? Wo habe ich hier die Böden? Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. So. So. Also... so. Was. Da ist schon wieder die falsch... Ah, ich hab doch die gemacht.. habe ich hier jetzt davon... Das ist doch blöd, Mensch. Schon wieder nicht. Stroh. Ich glaube, ich gehe jetzt doch mal. Uns fehlt schon der Schock. Wir müssen eigentlich gleich erwachen. Ups. Aber ich habe früher immer auf der Baustelle gesagt, mehr als arbeiten kann ich nicht. Das ist doch auch so eigentlich. So, mal gucken. Ja, aber das ist so. Okay, wie viel brauche ich denn hier noch? Ja, hier muss ich noch zwei wenden. Nein, lass uns das heilen. Sag mal, spinnst du? Jetzt fängt dich ja an den Boden aufzuhacken. Zäh. Fünf. So. Da noch. Da. Da. Ja, aber das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Okay. Dann mache ich jetzt hier noch ein Fenster hin. Da kommt ein Lade rein. So. Ist der schon mal zu? Was ist denn jetzt los? Da haben wir einen abgestürzt oder was? Ey. Ja klar, Absturz. Bin gleich wieder da. Da ist der Zugang. So, Discord habe ich jetzt auch mal neu gestartet. Hey, man hört ihn. Hi. Ja, man hört dich. Du bist wieder da. Schön. Ja, und Spock ist jetzt auch da. Jawohl, hallo Spock. Grüß dich. Hi, hi. Grüß dich selber. Wenn ich nur wüsste, von wen? Von sich selber wahrscheinlich. Irgendwie so weit, ja. Okay. So, jetzt muss das da irgendwie da dran gehen. Nee, fünf. Fünf. Eins und noch eins bitte. Kommt noch eine, eine Leiter muss da noch dran, sonst kommen wir da nicht hoch. So, E drücken und klettern. So, jetzt haben wir hier eine Luke, die wir hier aber nicht gebrauchen könnten. Muss ich hier den Boden nochmal tauschen. Ja, ist das richtig oder nicht? Warte mal, ich gehe mal da rüber. Da nochmal. Ja, wie gesagt, wenn das Spiel einmal abkackt, dann ist aber auch gleich mit Discord und so auch alles misst. Da muss man auch alles einmal besser neu starten. Ja. Wenn man auch nicht den allerschnellsten Rechner hat, dann geht Discord halt in die Knie beim Start von, äh, von dem Spiel. Ja, das ist nicht sehr stabil, äh, ich wollte hier nämlich einen Gang machen, der uns die Möglichkeit ergibt, hier so rüber zu laufen. Dann sehen wir nämlich immer schön, was die Sache ist bei den Tieren. So, komm, weiter. So, komm, weiter. Ach, jetzt habe ich wieder nichts zu bauen. Mist. Das reicht vom Platz bedarf. So, Moment, hier irgendwie hinstellen, ankrebschen, ankrebschen. Komm, komm, du musst da runter. Nee, du musst das irgendwie greifen. Ah, ja, so machst du das, okay. So, dann sind wir nämlich mal schön außen. Vielleicht proben wir sowas hier auch noch hin, ist ja auch nicht schön. So, mal gucken. So, ich habe nur ein Fenster, habe ich noch. Oben mache ich keine Türen. Ähm, da braucht man das, glaube ich nicht. Dann mache ich jetzt noch Fensterlinen, habe ich auch noch. Ähm, ich brauche noch Decken und ich brauche noch, genau, machen wir erste Deckenbögen. Genau, dann können wir gleich mehr machen. Da ist noch was. Super. Kann ich nicht auch eine? Ja, das bringt nichts. Lass uns diese Folge zehn Minuten länger machen, dann kann ich den Neustart praktisch rausschneiden. ne? Jo. Okay, die brauche ich oben noch, die brauche ich auch. Oder warte mal, doch, die habe ich ja dabei, okay. Gut, dann gehe ich erst mal hoch. So. Hier hin. Und hoch. Hier hin. Dann kann man wieder durch. So. Dann kann man vierze aufmachen. Oh, Zug machen. Boah. So. Hier mache ich jetzt noch eins. Hm. Machen wir hier noch was hin? Nein. Ich hoffe, der Raum reicht von der Größe her. Dass die hier auch wirklich drin geparkt werden können. Da drin kannst du King Kong parken. Das sind ja auch nur wirklich, wirklich vier Wände hoch, ne? Ich mache jetzt noch ein Dach oben drauf. Ich denke, ich werde ein Dach nehmen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Raum in der Höhe. So. Jetzt muss ich kurz gucken. Ne. An. Ah ja. So geht das. Genau. So. Achso. Ich wollte hier runter. Spock, hast du eine angenehme Woche gehabt? Alles soweit im grünen Bereich bei dir? Äh. Doch. Ja. Im Großen und Ganzen. Das hört sich aber sehr begeistert an. Ne. 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 Was soll. Nein. Nicht hier. Genau. Wollte ja nur allgemein hören. Meckern können wir nachher. Genau. Ich meckere nicht. Ich heule höchstens. Was denn? Echt? Mann. Pussy. Ja. Mann, 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 Mann. Wie oft habe ich mir das anhören müssen? Was ist denn hier mit der Medaille? Material, bitte. Material kommt. Äh. Wäre toll. Auch wieder kommt was. Jo. Eingepiest. Da ist unser 500. Hey. Ich mach schon überschläge hier. Dankeschön. So. Ja, weil die kann ich schon mal mit hochnehmen. Dann machen wir gleich noch mal welche von. Achso. Halt. Abbrechen. Abbrechen. Nein. Abbrechen. Oh, verdammt. Warum kann ich das nicht abbrechen? Nimm ein Teil raus. Was. Ja, du. Was für ein Teil. Verdammter Mist. Geht ja auch irgendwo stoppen normalerweise, oder? Eigentlich schon, ne? So. Warte mal. Craft-Eitem. Nein, du sollst das abbrechen. Das muss ich auch nicht sagen. Irgendwas rausnehmen. Warte mal. Holz, oder so. Oh, Mann. Da ist ja viel Holz drin. Äh. So. Ganz schnell raus. So. Jetzt dürfte nichts mehr kommen. Jawohl. So. Ne. Ich hab gesagt aufhören. Da ist doch nichts mehr. Okay. So. Jetzt scheint es aber wirklich abgebrochen zu. Ich wollte doch Dach machen. Dach. Wo ist denn Sailing? Ne. Ruf heißt das dann. Okay. So. Jetzt machen wir mal Rufs. Sechs Rufs. Achso. Und da muss ich wieder links und rechts haben. Bei sieben Stück sind das eins, zwei, drei auf der Seite. Und drei von der anderen. Eins, zwei, drei. Das doppelt. Eins, zwei, drei. Dann eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Dann müsste das eigentlich gehen. Hä? Wo packt er die denn jetzt hin? Ach da. So. So. Das ist die eine Seite. Jetzt kommt die andere Seite. Genau. Okay. Dann kann ich das Holz auch da wieder reintun. die brauchen wir eventuell noch den auch. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Eingang. muss man mal schauen. Ähm. Ne. Das. So. Wie viel habe ich da jetzt? Da sind welche. So. Dann brauche ich noch Wände. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Rutsch. Gucken. Was wir da noch haben. Wir haben eins, zwei, darüber noch ein, drei. Sind wieder die gleiche Anzahl. Habe ich hier noch welche drin? Das sind keine Wände. Das sind Fensterdinger. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Eine Seite. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Die andere Seite. Hier sind noch die. Genau. Ja. Wir warten jetzt ab, bis wir alles haben. Was wir brauchen. So. Den noch einen. Ich glaube dann war es das. Ne. Hä? Hä? Wie viel machst du denn noch? Sehe ich das hier irgendwo? Warum macht der denn jetzt wieder so viel? Weil du wahrscheinlich auf alles hergestellt gedrückt hast? Ne. Ich habe die abgezählt, aber ich hatte wohl noch welche drin. Naja, man sollte vorher lesen, ne? Ja. Ach ne, es müssen ja auch zwölf sein. Ja, ist ja richtig. Okay, wunderbar. So. Noch einmal nach oben. So. Komm hoch. Jawohl. Prima. So. Hier können wir jetzt so lang klatschen. Hoch. Was war das? Jetzt fangen wir mal hier an. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Vielleicht sollte man hier noch einen. Ich mache hier auch noch mal so einen Gang. Da. 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 Und. Das geht nicht gut. Das ist nämlich wegen der Tür, die jetzt offen ist. Okay. Gut. Dann versuchen wir jetzt hier. Lass ich nur die Richtige erwischen. Nicht, dass ich jetzt hier wieder... Moment. Ne, ja. Der steht schon wieder falsch. Ja. Seht ihr? Der ist falsch rum. Jetzt muss ich mal den anderen nehmen. Das ist Nummer 4. Jawohl. So soll das sein. 7. Da oben nochmal die Nummer 4. Die dreht sich jetzt wieder nicht in die richtige Richtung. Wie ihr seht. Das müsste... Ähm. Wieder die 4s. Ne, Moment. Da muss erst nochmal der drauf. Dann muss da noch einer drauf. Was haben wir denn jetzt? 1, 2. Ich glaube, einer muss noch, ne? Oder? Ich hab mich fest tarnen. Ich hab mich vertraut. Wie immer. Ja. Äh. Tö, tö. So. Guck mal, ob ich den da jetzt so reinkriege. Ja. Das hat das Funksinnockel. Ja. Komm. Ich möchte, dass du da oben reingehst. Mist. Der will nicht. Jetzt. So. Dann haben wir die Seitenwand schon mal. Fangen wir mal hier hinten an. Äh. Hier muss als erstes dieser hin. Dann kommt der daneben. hier kommt auch einer. So. Da kommt Nummer 5 hin. Na? Ja. Das klappt. Klasse. Da kommt Nummer 4 drauf, wenn ich das... Komm, dreh dich mal. Ja. Perfekt. So. Ne. So weit sind wir noch nicht. Moment. So weit sind wir noch nicht. Ähm. Ich brauche dort ein... Was ist das? Da könnten wir auch ein Fenster hinsetzen, ne? Ja. Das machen wir hier oben. Das machen wir gleich. Ich mach erstmal da noch ein Fenster rein. So. Dann sind die doch nicht so ganz umsonst gebaut. Ne? Soll nicht der Unsinn. Boah. Was sind denn jetzt die Fenster läden? Das war Nummer 9. So. Da bauen wir dann einen Boden links. Der einmal quer rüber läuft. Was? Ja. Vielleicht nehme ich das hier sogar wieder weg. Hä? Woher da unten? Ich hab ja gar nichts gesagt. Ich hab ja auch schon Sorge. Moment, ne? Ich kotze die ganze Zeit. Wieso? Wie ist das dann auch fachlich richtiges, was du da erzählst? Nicht, dass wir da Beschwerdebriefe kriegen. Ne. Das glaube ich kriegen wir nicht. Ähm. Ich versuch jetzt hier das Dach. Äh. Also die Giebel. Ich weiß nicht. Eine Mittelgiebel machen wir nicht, oder? Ich überlege gerade. Mache ich hier noch den mittleren Giebel? Das sollte ich vielleicht tun. Ähm. Dann müssten wir... Hier wäre einmal eine feste Wand. Merk dir was für Leute. Der will uns auf Trab halten. Hehe. So. Dann ist das die 7. Ja. Das müsste dann korrekt sein. Ne. Ne. Da kommt doch kein Mensch mehr hin. Hatten wir irgendwie mal hier und sowas böses? Irgendwie dunkle Nacht oder sowas? Einmal kurz, ja. Ja, vorhin. Aber war kein besonderes hier oder was da? Ne. Warum fragst du? Aha. Weil mich gerade ein dunkler Luft elementar kalt gemacht hat. Deswegen. Oho. Oho. Das könnte passieren. Ähm. Ja. Ich glaube, ich hab ne Idee. Ich krieg immer neue Ideen, Leute. Das ist das Problem bei meiner Bauweise. Oh. Was ist denn wenn ich jetzt hier... Hab ich die mitgenommen? Ja. Die hab ich mitgenommen? Die leitern hab ich auch dabei. Super. also merkst du was bock wir müssen eine doppelschicht einlegen wenn die hat nicht genug material da war es doch so genau so kommt jetzt so eine leite haben wir doch noch kommen setz sie doch da an bitte nicht dahinter davor ja genau doch ja genau hat doch so ein bisschen auch gut ist dass du noch nicht abgerissen hat durch die weinleiter gehen geht er hoch zappel jetzt hier nicht rum du weißt das geht hier ganz weit runter so die bösen dahin so komponen jawohl da können nämlich auch von hier oben arbeiten da könnte man noch eine luke hin machen das können wir immer noch austauschen nachher beurteilen sie wollen mich beurteilen ja das finde ich unerhört so da mache ich hier noch mal beim fall durch so brauche ich jetzt noch ein paar leitern dafür geht das geht das zwei leiter bitte zwei leiter und keine leute das ist aber eine leiterei hier hat ja schon wieder erwischt was wie bock los ja ich gehe ja auch auf den dunkel elementar los das ist zur zweite ball jetzt ja kann er ja nicht auf sich sitzen lassen alle guten dinge drin drei dran los 3 ok und zwei leiter noch so und da kommen wir auf die dings übergehen nämlich jetzt hier mal raus die die lasse ich noch mal kommen auch weg ja da kriegen wir doch material zurück das ist nicht schlecht aber auch nicht viel okay das dach das müsste jetzt tonnen von dach ok ich hoffe dass das hält so böden ich glaube so viel brauchen wir gar nicht mehr da dauert einen kleinen augenblick gelieb das ist einfach so dass wir hier da sind schon ein paar ich laufe jetzt nicht extra hoch deswegen wenn die abgewetzte sohlen von über unsere sohlen da denkst du nicht nach hier laufen du musst du treffer auf und treppe runter das macht das macht die schlanken fuß und wir haben vor arbeiten und ein tollen popo gibt es auch dabei so sollte die leitern dürfen nicht vergessen ich bin macht er denn jetzt so und wir können die erst mal dabei da ist bock und ich eigentlich immer lieber ein bauch vom saufen als ein puckel vom arbeiten so schaut aus ja so hier noch hier muss die leiter noch hin genau kann ich nämlich direkt hier hoch laufen und kriegt da wieder nicht dran lieber in der dunkelsten kneipe als am hellsten arbeitsplatz da muss das nicht da da hinten kommt ein stückte an die wand an die wand meine liebe so ist das wunderbar so machst du das gut jawohl ist das prima so einmal leiter hoch gut ist vielleicht nicht unbedingt die optimale art jetzt wird man es doch auf der innenseite machen ja gut muss ich das risiko noch mal eingehen geschimpft zu kriegen wir machen dann auch die ganze umlaufende geschichte hier wieder weg das wird zwar materialverständlich aber auf der höhe kann ich leider nicht fliegen fliegen kann ich schon aber alles andere fliegen noch nicht so weit sind wir hier noch nicht so dann machen wir das jetzt nämlich so dass wir hier nur an diesen einen aufgang haben dann können wir hier auch nicht runterfallen genau und hier mache ich habe ich noch ein paar wände die habe ich leider nicht na gut ist ja man muss genau gucken wie man es baut das ist das problem die idee ist ja da aber nicht immer optimal so jetzt was brauchte ich jetzt auch leitern zwei leitern brauche ich noch mal und luken luken brauche ich noch lukendeckel vielleicht wo sind die denn skylight heißt die klarina ja das könnte hinkommen ja ein hier vorne also hier ist ja richtig party ab aber abgehen ja wieso hast du gute gegner dir ja wo bist du denn richtung sumpf bin ich gegangen aha weil sumpf war und das war da hinten kann ich gerade nicht hinsehen ich muss man nach oben komm ich will da hoch quenny mach hier nicht so ein tue oder mono so da noch mal genau das müssen wir nämlich wegnehmen damit wir das an diese wand bekommen es ist einfacher dann sind wir nämlich gleich immer in die richtige richtung wenn die wo hast du jetzt die treppen gelassen jetzt sag ich du hast du unten gelassen du bist aber eigentlich eine marke durch jetzt kannst du doch mal unterlatschen kommt dass die sohn so dünn sind jeder gang macht schlank jo deswegen ist sie ja so schrank da musst du gleich mal gucken dass du dir noch mal ein neues paar schuhe gönnst wahrscheinlich sind die total abgewitzt so ist das denn da die leiten die loke möchte ich nochmal mitnehmen die dächer noch dazu jawohl das heißt doch schon mal gar nicht schlecht so dann können wir jetzt nämlich die dächer draufsetzen so und jetzt kommt das hier so trete ich mal in die richtige position meine liebe so genau der andere muss auch da drunter sehr schön jetzt die wieder weg leider leider heißt leider ich glaube ja hier ist gerade ein tor aufgepoppt was bitte ein tor wo hast du denn rum zum zum fassel gesagt ja man die weiste wo die schwarzen und steine sind auf dem berg bei uns nee ich komm gerade mal ach da ich glaube ich sehe es wo schleichen die eigentlich rum oder einfach deine leiche jetzt ist es wieder weg verschwunden da vorne ist noch so ein dunkler geist da hinten läuft jemand dort 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 seht ihr doch da ist etwas bläuliches lilan ist fast rot rötlich bei der körper kommt vergelassen haben wir nicht gut alles ist die frage ob wir das so beibehalten bei unserer alten bude echt da ist richtig was los oh ist das neu hatten wir ein update wir hatten doch gar kein update ne oh wer wurde denn da schon wieder vom dunklen geist erwischt bist du an unserer alten bude spock äh rechts davon hier kommt gerade zwei skelette auf mich zu die die glaube ich etwas stärker aber die waren nur doch nur level 10 was waren das denn für gehe ich da was hast du eigentlich für eine glück level 10 ich habe hier 25 25 er platt gemacht jetzt lege ich mich gerade mit einem 93 an also diese denn moment haben jetzt ja scheiße was ist da denn jetzt mama ich habe angst ich glaube ich muss mal zu euch kommen was das ist ja langweilig hier bei mir ja hier ist gerade die richtige party am abg ich komme ich bringe gesellschaft mit moment ich pack noch mal der kram weg damit ich bewegt nicht bleibe ich will aber nicht bei den elfen ich bin weil bei meinem baldachin warum kann ich den baldachin nicht benutzen natürlich gerade benutzt hat er gut da ja ja muss der hauptstadt alter menschen kann ich nur und l den glee oder obersten spalte da hast du hauptplatz und königspalast und schlag mich tot glaube ich kann man raus du bringst was mit hast du gesagt natürlich nicht bin ich bin ja nicht wahnsinn ich will nicht unser schönes haus kaputt macht ich prob also moor war das war das moor in richtung entgegengesetzt von dem turm den kaputten wenn du bei uns aus der bude raus guckst das ist ja reden scheiben wo auch ja genau auf ist ja da war das diese richtung und dann ein bisschen rechts dann ist hier die absolute party am abgehen ich gucke mal nicht ich komme mal hin ich muss doch mal auch was machen hier geht halt ich mal schlitz letzte level hier ich glaube ich nehme an den spänen die hand das wäre vielleicht nicht verkehrt so irgendwo hier zwischendurch vielleicht so gucken nicht so richtig ist ich weiß ja nicht ich brauche jetzt erstmal eine ganze zeit lang von der zwergenstadt also ich stehe jetzt bei dem rechten von den beiden dingern ich sehe aber noch kein gekloppe ich muss bis zum moor durchlaufen ne 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 wenn du an diesen drehscheinen bist hältst du dich rechts an einer unteren alten bude die war aber links war doch da irgendwo die alte bude war links und sind irgendwie zwei krisen zwei krippe wollen wir uns erstmal kurz verabschieden moment ich muss das gerippe kaputt mein jetzt können wir uns verabschieden also ihr lieben ihr seht wir haben da gerade ein bisschen action wollen wir gucken dass ich da rechtzeitig hinkommen wir sagen tschüss macht gut habt ihr spaß mit allem was sie tut und vor allem wenn ihr gutes tut und wir sind einmal raus tschüss weiter wieso stoppt das nicht ach so